Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem Wettervideo hier bei wetter.net. Ja, der Urlaub ist fast schon vorbei. Ich bin heute unterwegs im Felser Wald in der Nähe von Bad Döckheim zu einer kleinen Wanderung. Sorry, wenn ich abends immer nach unten gucke, aber da sind so ein paar kleine Wurzeln im Weg und Steine. Wir wollen ja nicht irgendwie ein pleiten Pech und Pannen Video erstellen. Ja, was hat es beim Wetter Neues gegeben in der Woche, wo ich eigentlich nicht da war? Nicht wirklich viel. Es ist genau das eingetreten, was erwartet worden ist. Die milden Luftmassen der Höhe, die haben sich ein bisschen zurückgezogen. Und da gab es auch teilweise mal Schneeflocken in den Hochlagen der Alpen ab 1300 bis 1500 Metern Höhe. Aber jetzt nächste Woche kommt schon wieder der nächste Wärmeberg zu uns nach Deutschland. Hatten ja auch einige gefragt, wann denn endlich mal der erste Wintereinbruch in den deutschen Mittelgebirgen bevorsteht. Ja, da muss ich leider sagen, bis zum 20. November ist erstmal überhaupt nichts zu erwarten. Es geht insgesamt dann doch deutlich zu warm weiter. Und vor allen Dingen die Luftmassen in 1500 Metern Höhe, die bleiben für die Jahreszeit der nächste Woche deutlich zu weit oben. So um die 10 Grad messen wir teilweise, plus 10 Grad in 1500 Metern Höhe. Und normalerweise wäre für die Jahreszeit eine Temperatur von 2 bis 3 Grad normal. Ja, und das heißt auch wieder, die Temperaturen in 2 Metern Höhe gehen auch wieder nach oben. Im Verlauf der nächsten Woche zwar wechselhafter, ab Montag ab und zu mal ein bisschen Regen. Aber die Temperaturen steigen dann je nach Sonnenschein wieder auf 13 bis 18 Grad. Am Oberrhein sind vielleicht auch stellenweise schon wieder bis zu 20 Grad möglich. Also insgesamt weiterhin für Winterfreunde eher drübe Aussichten. Aber das hatten wir ja schon alles vor 10 bis 14 Tagen angekündigt. Da ist einfach kein Winter weit und breit in Sicht, war auch nie in Sicht. Und so ein bisschen erinnern die Ensemble-Vorhersagen an eine Wiederholung aus den vergangenen Wochen. Immer wieder wird eine Abkühlung berechnet am Ende der Ensembles beim Tag 12 bis 14. Und dann nähert man sich diesem Termin. Und was passiert? Die Ensembles ziehen allesamt wieder an und ab in die Höhe. Ist vielleicht auch so ein bisschen normal. Denn mit fortschreitender Jahreszeit gehen ja auch die Wettermodelle davon aus, dass es einfach irgendwann mal kühler werden muss. Ja und deswegen werden eben immer wieder am Ende der Ensembles die tieferen Temperaturen berechnet. Aber je näher man kommt, wir kennen das schon, Verschieberitis, umso mehr werden dann die Temperaturen wieder angehoben. Ja und so geht es erstmal weiter bis zum 20. November. Erstmal, wie gesagt, kein Wintereinbruch bei uns in Deutschland. Weder in den Mittelgepäckslagen noch in den tiefen Lagen. Dazu mehr und mehr Hochdruck im Verlauf der nächsten Woche. So ab Mittwoch, Donnerstag, Freitag kommt ein Hoch zu uns nach Deutschland. Und das sorgt dann teilweise auch mal für eine Inversionswetterlage. Das heißt unten doch öfters mal Nebel oder Dunst. Und in höheren Lagen, da gibt es durchaus auch mal ein bisschen Sonnenschein. Und dann wird es dort oben auch richtig warm. Oberhalb von 700, 800 Metern. Wenn die Sonne scheint, 13, 14, 15, 16, 17 Grad. Selbst in den Hochlagen vom Schwarzwald sind dann 18, 19 Grad nicht ganz ausgeschlossen. Ja und diese Wetterlage bleibt uns erstmal mindestens bis zum 20. November erhalten. Ja, aber was soll ich sagen, viel Regen fällt dann auch nicht mehr. Es ist mal wieder ein Hoch da. Und dieses Hoch sorgt dann für recht stabiles Wetter. Eben mit dieser Inversionswetterlage. Aber viel in Sachen Regen passiert dann auch nicht mehr. Und damit geht auch erstmal das trockene Wetter bei uns in Deutschland weiter. Aber noch für alle eine Warnung. In der kommenden Nacht, vor allem im Westen und im Süden, vor allem auch im Südosten, da locken die Wolken auf. Und da müssen wir teilweise mit Frost rechnen. Null Grad teilweise in zwei Metern Messhöhe im Westen, Südwesten, im Süden und Südosten. Und stellenweise auch verbreitet Bodenfrost möglich. Also die kommende Nacht zum Sonntag fällt dann relativ kühl aus. Und da sollte man vielleicht mal die ein oder andere empfindliche Pflanze schützen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Samstagnachmittag oder auch Abend. Mal gucken, wann ich das Video hochladen kann. Und wir hören uns bald wieder beim nächsten Wetter von wetter.net. Und Beschwerden wegen der waktigen Kameraführung? Naja, ich halte es eben in der Hand. Und bis bald. Tschüss.